Mit den aktuellen Informationen über den Aufbau, über den multiethnischen, basisdemokratischen Strukturen in Rojava informieren, aber auch über Projekte für Frauen und Kinder sowie über die aktuelle Lage, die in Afrin besteht, informieren, sowie Hilfsmöglichkeiten für die Vertriebenen aus Afrin in Sheba, das ist nördlich von Aleppo, darüber werden sie uns auch informieren, die Vertreterinnen der nordsyrischen Frauen, der Verband Kongreastar, die Union der asyrischen Frauen, Frauen sollten da sein, den arabischen Frauenrat in Raqqa und den kurdischen roten Halbmond Haifas oder Kurdistanis. Wir freuen uns sehr, diesen engagierten Frauen und Freundinnen in unserer Mitte zu begrüßen. Bevor wir aber Sie auf die Bühne bitten, werden wir einen kurzen Film über Rojava sehen, ganz kurz den Film. Wir freuen uns sehr, diesen Film. Wir freuen uns sehr, diesen Film. Wir freuen uns sehr, diesen Film. Frauen vereint, organisiert für uns zur Freiheit. Jetzt begrüßen Sie mit mir ganz, ganz herzlich den Teildelegation aus Rojava, Nordsyrien, wir haben nicht den ganzen Delegation, ist der Teildelegation dabei, auf die Bühne. Die lautet, wie weit ist die Frauenorganisierung in Nordsyrien entwickelt? Das wäre die erste Frage. Das wäre die erste Frage. Ich begrüße Sie. Guten Abend. Ich bedanke mich zuerst bei allen, die Zeit haben für diese Veranstaltung. Ich wünsche uns allen einen schönen Abend und eine gute Veranstaltung. Es ist eine ganz große Frage, wenn wir über Rojava sprechen. Zunächst komme ich auf die Frauenfrage, bevor ich ganz allgemein über Rojava spreche. Also die Frauen in Nordsyrien, besonders in Rojava haben eine lange Tradition von 40 Jahren. Im Jahr 2005 haben sie angefangen, sich zu organisieren, unter dem Namen Jeje Star, Vereinigung oder Union der Frauen in Rojava. Star ist auf Englisch auch, heißt Stern, Stern, Stern. Die Tätigkeiten von Jeje Star von seit 2005, ihre Ergebnisse, die Leistungen haben sich während der Revolution gezeigt. Das zeigt, weil in der Revolution die organisierte Kraft waren die Frauen, die Frauen sowohl akademische Frauen als auch akademische Frauen, als auch die familiären Fragen, ihre ökonomische Seite, auch die selbstständigen Publikationen oder Medien für Kultur und Kommunikation. Die Frau in Rojava, in Nordsyrien, hat sich in allen Bereichen der Gesellschaft organisiert. Das Ziel ist, dass die Frau sich selbst organisiert. Kongratstar, also diese Frauendachorganisation, das ist Bukharni. Der Kongratstar möchte die Ideologie oder die Vorstellungen der Gesellschaft ändern. Die Frauen, die sich verteidigen und sich schützen können. Die Frauen, die sich verteidigen und sich schützen können. Die Frauen, die sich verteidigen und sich verteidigen und sich selbst entscheiden. Die Frauen, die sich verteidigen und sich selbst entscheiden. Und ihre Kraft, auch eigene Kraft zu organisieren. Selbstständige Kraft. In den Jahren der Revolution ist der Kongratstar zu führender Kraft geworden. Für alle Frauen, sowohl kürtischen, arabischen und syrisch. Auch die syrisch-syrianischen Frauen haben sich selbst auch organisiert. Auch in Minbej, in Tabqa, in Raqqa, haben die Frauen sich selbst organisiert und eigene Verwaltungsräte, Frauenräte gegründet. Für eine Veränderung in Syrien. Damit die Frauen, sozusagen, beklart wird in Syrien. Wir haben den Rat der syrisch-frauen gegründet. Damit alle Frauen in Syrien bereit sind oder werden. Wenn wir anfangen, eine Verfassung für Syrien zu konstruieren. Wenn wir über bestimmte Sachen in Rojava reden. Vielleicht sind ganz normale Sachen für die Welt. Aber wir sollen nicht vergessen, Rojava ist ein Teil im Orient, im Nahen Osten, wo patriarchalische Strukturen herrschen. Die Religion ist stark. Deswegen sehen wir diese Entwicklungen auf diesem Bereich als große Leistungen im Hinblick auf die Lage im Nahen Osten. Für die Veränderung der Gesellschaft erzielen wir nicht nur die Frauen, weil die Gesellschaft auf zwei Beinen steht. Wir sollen nicht nur die Menschen auf die Gesellschaft auf die Gesellschaft auf die Gesellschaft auf die Gesellschaft auf die Gesellschaft. Deswegen sind die Änderungen seit sieben Jahren im Gange. Sowohl Männer als auch Frauen sind beteiligt. Es gab Sachen, die vor der Revolution konnte man darüber überhaupt nicht sprechen. Zum Beispiel, wenn man die Menschen auf die Gesellschaft auf die Gesellschaft auf die Gesellschaft auf die Gesellschaft auf die Gesellschaft. Weil der Mann hat gesagt, die islamische Scharia erlaubt vier Frauen. Aber jetzt, nach diesen Änderungen in der Gesellschaft, Dank dieser Frauenbewegung haben wir das zu Gesetz gemacht. Ein Mann darf nicht mehr als eine Frau heiraten. Ein Kind unter 18 Jahren darf nicht heiraten. Sowohl ein Junge als auch Mädchen dürfen nicht unter 18 Jahren heiraten. Ein Kind oder der Junge soll seine Schule oder seine Ausbildung beenden. Ein Kind unter 18 Jahren darf nicht mehr als eine Frau heiraten. Ein Kind oder der Junge. Wenn sich Mann und die Frau tränen, dann muss die Mutter eine Vorsorge für die Kinder haben. Das sind für uns große Errungenschaften. Aber das werden in der Gesellschaft diskutiert und die Gesellschaft entscheidet darüber. Und das sind die Ergebnisse. Also durch diese Errungenschaften könnten wir auch Projekte durchführen. Ich möchte über Frauenprojekte reden. Ein Projekt heißt Junwar. Junwar, das heißt Frauenort oder Frauengemeinde oder so was. Junwar. Also die Frau sieben Jahre lang hat sowohl mit JPG, JPG gekämpft, aber auch auf anderen Seiten kulturellen und ökonomischen Seiten behauptet. Das heißt, dass sie mit den Rojava in Kurdistan zu haben in den letzten Jahren nicht mehr zu haben. Dass sie mehr Menschen sind. Und dass sie mehr Menschen sind. Und dass sie mehr Menschen sind. Und dass sie mehr Menschen sind. Also diese Frauen, die wollen für sich leben, ohne Unterdrückung der Gesellschaft, seitens der Gesellschaft, haben wir für sie Genwar, also diese Gemeinde, errichtet. Ich möchte auch über die Organisation reden, immer wahr die Führung in Männerhänden, damit die Leitung oder Führung gemeinsam wird, damit auch der Wille der Frau immer vorhanden ist, bleibt, also sichtbar ist. Das Kohlsystem Mann und Frau existiert von Kommunen bis zu anderen Einrichtungen bis nach oben, damit beide Geschlechter vertreten oder gleichmäßig oder gerecht vertreten werden. Es gibt sehr viele Errungenschaften in Rojava. Was die Frauen betrifft in Rojava, die Frauen entscheiden selbst, die Entscheidung ist in ihren Händen. Die Probleme der Frauen werden von den Frauen selbst gelöst. Also für die Arbeit entscheidet oder schlägt die Frau auch Projekte vor oder Vorschläge vor. Diese Reignenschaften, worüber wir reden, sind durch große Anstrengungen zustande gekommen. Wir haben Tausende Märtyrer oder Märtyrerinnen, muss ich sagen. Auch aus dem Ausland, aus verschiedenen Ländern, kamen Kämpfer und haben sich an der Revolution beteiligt bei uns. Ich sage nur ein Beispiel. Ich sage nur ein Beispiel. Haval Helin Karatschok und Haval Awashin. Das ist eine große Einstellung. Das ist sehr groß und teuer. Das ist ein Blut des Menschen. Hier sind wir in dem Kurden. Das ist ein paar Stunden. Allgemeine Frauen legen unter dem Karatschokat. Das sind sie in unserer Vorstellung. und von Märtyrern praktiziert werden. Damit die Hoffnungen aller Frauen, emanzipierten Frauen, in der ganzen Welt praktiziert werden. Ich bedanke mich. Ich bedanke mich.